Vielen, vielen lieben Dank und grüß euch. Was soll ich sagen? Leider kann ich heute nicht live vor Ort sein, um mit euch persönlich zu feiern, weil ich das tun darf, was ich am letzten tue, nämlich im Zuge meiner Bergbauern-Tour auf der Bühne stehen. Jetzt habe ich den Amadeus zum vierten Mal in Folge in der Kategorie Schlager und Volksmusik gewonnen und das schraubt sogar mir den Atem. Ich bin absolut über-überglücklich und dankbar natürlich. Ich habe mich heuer schon über die Nominierung sehr gefreut, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Und jetzt ist es wieder meiner. Also vielen, vielen lieben Dank. Danke an die besten Fans der Welt da draußen und scheinbar auch die Fleißigsten fürs Voten. Natürlich auch ein großes Dankeschön an mein gesamtes Team und meine Band, die mich nicht nur großartig unterstützen, sondern die mir das auch ermöglichen, dass ich voller Freiheit und voller Energie das tun darf, was ich einfach am liebsten tue. Und zu guter Letzt ein ganz besonderes Dankeschön meiner lieben Familie daheim und auch an meine persönlichen Schutzängel da oben, an meine Oma und an meinen Opa. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, feiert es gescheit und vielleicht kommst du ja mal zu mir auf ein Bergfrauenkonzert. Ich würde mich freuen.